Die Geschichte vom bösen Friedrich Der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Wütherich! Er fing die Fliegen in dem Haus und riß ihnen die Flügel aus, er schlug die Stühle und Vögel tot, die Katzen litten große Not, und höre nur, wie bös er war, er peitschte seine Gretchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Da mit der Peitsch herzu sich schlich der bitterböse Friedrich und schlug den Hund, der heulte sehr, und trat und schlug ihn immer mehr. Da biß der Hund ihn in das Bein, recht tief, bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in dem Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein, und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittre Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht.